Was ist die Viruslast? Die Viruslast einer Person ist die Menge eines bestimmten Virus in einer bestimmten Menge einer Körperflüssigkeit. Verschiedene Viren verwenden unterschiedliche Metriken, um die Viruslast zu messen. Eine der gebräuchlichsten ist jedoch die Messung von Viren im Blut, die als Kopien des Virus in einem Milliliter Plasma gemessen werden. Der VL wird verwendet, um schnell zu verstehen, wie schwerwiegend eine Virusinfektion ist, obwohl der Schweregrad in den meisten Fällen auch von anderen Faktoren, einschließlich des Immunsystems einer Person, und dem Schweregrad des Virusstamms beeinflusst wird. Obwohl viele Viren getestet wurden, wird die Viruslast am häufigsten in Bezug auf Hepatitis B und C, Human Immunodeficin C-Virus-1 und Zytomegalovirus bestimmt. Von diesen ist der Human Immunodeficin C-Virus-1-Viruslast-Test der häufigste und ein wichtiger Bestandteil bei der Bewältigung des Lebens mit der Krankheit. Derzeit sind in den USA drei Tests für die Verwendung zugelassen, Nucleisens Human Immunodeficin C-Virus-1-QT, Amplikor Human Immunodeficin C-Virus-1 und Versand Quantipix Human Immunodeficin C-Virus-1-Rebonukleinsäure. Im Allgemeinen wird ein Viruslast-Test verwendet, um einen Patienten aufzuspüren, von dem bereits bekannt ist, dass er mit einer Krankheit wie dem Humanen Immunodeficin C-Virus-1 infiziert ist. Mit diesen Tests können Ärzte feststellen, wie gut ein Patient auf ein Anti-Human Immunodeficin C-Virus-Regime anspricht, und so die Medikamente, die zur Hemmung der Krankheit eingesetzt werden, so weit wie möglich anpassen. Bei erfolgreichen Therapien wird die VL innerhalb von 1,5 Monaten drastisch von 1-30 bis 1-100 abnehmen. Innerhalb von 6 Monaten sollte der Virusnachweis mehr oder weniger unmöglich sein? Tests können auch zeigen, wann ein Patient eine besonders hohe Viruslast trägt. Während dieser Zeit sind sie besonders anfällig für Infektionen mit sekundären Krankheiten, die lebensbedrohlich sein können. Obwohl die derzeit zugelassenen Formen des Viruslast-Tests zu kostenintensiv sind, um als Nachweismethoden verwendet zu werden, gibt es einige Techniken, die außerhalb der USA zum Nachweis des Humanen Immunodeficins Virus 1 verwendet werden und wesentlich kostengünstiger sind. VL-Tests für Human-Immunodeficins Virus sind Antikörpertests in mehrfacher Hinsicht überlegen. Es ist auch erforderlich, wenn versucht wird, das Humane Immunodeficins Virus bei einem Neugeborenen einer Mutter mit Humanem Immunodeficins Virus nachzuweisen, da ihre Antikörper im Kind noch vorhanden sind und daher nicht zur positiven Bestätigung oder Beseitigung des Vorhandenseins des Virus verwendet werden können. Der Test der Viruslast für das Humane Immunodeficins Virus ermöglicht auch einen viel früheren Nachweis als der Antikörpertest, da Antikörper im System Wochen benötigen können. Da das Humane Immunodeficins Virus in dieser frühen Phase am meisten übertragbar ist, könnte seine frühe Erkennung enorme positive Vorteile für die Verhinderung der Ausbreitung des Humanen Immunodeficins Virus haben. Aus diesem Grund führen viele öffentliche Gesundheitsbehörden kostengünstige und einfach zu verwaltende VL-Tests durch, die weltweit als frühe Erkennungssystem eingesetzt werden können.